es geht los freunde amsterdam ja 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 Das ist doch wunderschön. Ja, guter Bahn. Ja, okay. Ja, die Farbe ist sehr schwarz und sehr dunkel. Ja, gut, meine Skeletor. Tschüss. Tschüss, das Skeletor. Fisch. Lovely, well, good luck. Danke. So teuer? Ja. Guter Fisch. Braxen. Guter Braxen. Okay. Ja. Ja. Meinst du geht der Ass rein? Na, das glaube ich nicht. Kann ich vielleicht rein hier? Ja, man kriegt gerade. Ja. Ja. Guter Braxen. Ja, das macht Spaß. Ja, das ist die hohe, dicke Barsche. Gar nicht so schlecht. Ja. Besser von der, oder? Ja. Ja. Ist das tier? Ja. 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 Perfekt, ja. Mal! Ja. So. Achtung für sich. Nee. Ja. 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 So. Ja. 48 hat mich schon. Morgen immer auf dem Ballyboat. Überall werden die Leute uns sehen. Oh, Foto hier. Ganz schlimm, ganz schlimm. Überall. Okay. Okay. Ja. Gute Zander? Ja. Brauchst du Käscher? Ja. Okay. Ja. Okay. Hier gehen wir Treppen. Ja, dein Schabo. Ja, dein Schabo. Ein Fünf oder ein Sieben? Fünf. Fünf? Ja. Hopp. Ja. 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 Alles, man. Da vorne ist ja ganz groß, da vorne. Der ist ja ganz groß. Ja. Hier kommt der Führer! Alles gut? Alles gut? Oh Gott sei Dank! Eine Scheiße, eine Scheiße! Das ist eine Absperrung! Du musst ein Ticket vorzeigen! Wenn du das nicht machst, dann... Alles klar! Wo ist meine Arme? Und es ist kalt! Habt ihr schon gut gefangen? Ja! Rucksack! Rucksack! Annen! Rucksack! 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 Babyzander! Kleiner Spitzung! Rucksack! 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 Klein! Aber sehr klein, aber frisch! Babyzander auch! Ja, zurück! Rucksack! Ja! IL Hallo, hallo, hallo! Oh, ging das einmal hier voll! Ah, schade! Oh, egal! Barsch, oder? Ja, klar. Bisschen gut, oder? Ja, gut! Ja, gut! Ja! Barsch, oder! Barsch, oder? Barf! Wauw! Barsch, oder? Wauw! Ich bin ein bisschen aufgelistet. Ich bin ein bisschen aufgelistet. Ja. Erstens. Fischland. Ok. Ja. Perfect. Oh, ab. Perfect, ich bin nicht. Ja. Das ist ein schöner Fisch. Ja, ein guter Fisch. Ja, 35. Exakt. Was, ich war im Fang. Karolana. Karolana, das ist gelettet. Karolana, das ist gelettet. Karolana, das ist gelettet. Prost, prost, prost. Da sitzen die. Petri. Bitte, danke. Oh, Babyzander. Und jetzt? Das ist wieder die. Das ist schön. Schön. Aber was den kleinen schmeckt, schmeckt den großen auch. Ja. Barsch. Ja. Der ist schön dick. Ja. Cool. Ja. Und auch gerne mit dem Pöler. Dann kannst du das unbedingt wieder verwenden. Hallo. Oh, oh. Ja. Zander. Zander. Nee, was? Gute Bar. Ja, schön. Ich kann nicht hochziehen, ne? Ich hab nur 22. Ja. Oh, 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 oh. 15? Ja, glaub ich. Siehst du, auf Rünge wechselt und bis. Und die ganze Zeit hab ich hier dasselbe gefischt. Nichts anderes gemacht, ne? Das ist die Farbe, wie der Fisch. Ja, ja. Danke dir. Wo ist dein Gummi? Keine Ahnung. Ja. 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 Ja, aber gut, dass ich mal wieder rein. Ich muss jetzt auch mal rein. Kaui. Ja, bleib. Du bist noch mal rein. Also, ich muss ja mal rein. Ja 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 Ja, das ist schade, also immer Feiertagefarbe. Schade, ein bisschen, du hast den Sonder. Okay, aber was siehst du? Feiertagefarbe, BIM! Direkt! Erster Wurf, mit der Skeleton. Der Skeleton fang alles. Fertig! Oh! Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020